Yo Leute und damit Willkommen zurück zur Sparks Challenge, mit Flash Wie erneut und wie immer, ne? Jo, wie immer Ah, Centus, soll ich dir mal was sagen? Nein Ich hab mich jetzt schon wieder verhebt, wo ich hinlaufen soll Glaub ich auch, krass In die Richtung Dann ist aber das Schlimme, du gehst wieder rein und dann... Ja Wollang war das, was ich noch mache? Ja, ich glaub gut Einmal auf die Koordinaten gucken und dann liest du das auf Geil! Geil! Festung! 50 Flash Geil! Und dann kann ich mir jetzt Lohnrouten holen Ach komm, du mich auch Und da hinten ist ein geiler Aufstieg und ich seh'n Whizzer Nein Das könnte ich normalerweise auch machen Ja, du brauchst ja Whizzer, ne? Whizzer Aber... Ne, grad nicht Suchrunde Geil Aber wenn ich schon auf dem Weg bin, ne? Ja, dann ja Boah Aber das hab ich echt vergessen, dass ich eigentlich auf dem Weg war Get lucky Wollen wir denn hier schön ist Ja, das ist gleich wieder die nächste Aufnahme nach der Aufnahme wie immer Ähm, das wird auch nicht die letzte für gleich sein Da wär'n noch paar Nö, nö, nö Bestimmt noch Mindestens vier Stück, oder? Minimum, nein Vier, fünf, sechs, sieben Weiß ich noch nicht Sie haben wir ja gesehen Ich hab' gesagt, mindestens Mindestens Mindestens, ja Mindestens vier Stück noch Ne, mindestens fünf Ja, du mir ja auch Ja, wir nehmen einfach... Wenn wir aufnehmen, dann nehmen wir zu viel auf und wir merken's nicht Ja Boah, das einfach wieder viel zu viel Spaß bringt Ja Auch wenn das nur so ne Aufgaben sind, die wir machen müssen Ja Sonst bringt alles Spaß Wir sollen das dann mit zusammen aufnehmen Wo ist er? Wo ist er? Hau ab! Ich bin grad über den Lavasee, lass mich bloß Derb Nein Ich will nicht Ich will nicht Derb, wieder los Nein Ich will nicht Ich bin schon mal Ja, ich weiß Ich will aber nicht Boah, ich muss umsingen Dein Cobblestone-Farm Ah, ah Geil Festung Ah, hier geht's ganz tief runter Ah, ganz tief unter, ne? Hahaha Aber ich geh nicht ganz tief runter Wo ist er? Da ist Lava Mister Lava Da geht es auch runter Äh, irgendwas wollte ich ja noch sagen Aber ich hab's vergessen Ich hab's vergessen Schokolade Ja, Schokolade, oh Und dass es bei dir stürmt? Ja, das ist natürlich krass Und verwunderlich Ja, wieso? Ähm, für die Jahreszeit So ein heftiger Sturm Ja Naja, ist ja egal Das Weltall spielt doch so so verrückt Ja Wir haben auch noch kein April Komisch Wir haben auch noch keinen Schnee gehabt Ne, das ist auch gut Finde ich Ne, der Warzen Penner Nice, 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 nice Warum hast du keine gefunden gehabt, oder was? Ich war da noch nicht drin Achso Ja Die werde ich nicht vorne bei mir anbauen Weiß du so ne scheiß Rüstung hattest? Ja Habe ich überhaupt Rüstung? Weiß ich nicht Ja Die Rüstung rüst gar nicht mehr Rüstung hab ich mittlerweile auch Ne Eisenrüstung Mittlerweile Ja mittlerweile Aber auch nur Aus Notsituation Ja Normal hast du in unserem Projekt auch nicht Ne Ne Ich weiß auch nicht warum Ehrlich gesagt Und ich könnte dich trotzdem auch dann immer gerne mal Ja Achso und ich hab noch mehr im Netawarzen gefunden Achja Wieso nicht? Ne Ach Kann ich auch gut gebraucht Oh Oh Ich wollt grad nen Pikmin schlagen Ah ah Ja knurr mich nicht an Mach das mal Nein Sag mal Pikmin Ja vielleicht gehts auf der Festung Weiß noch wo ich mit Minecraft angefangen hatte mit dem Minecraft Team Projekt Ah Nein Wie gesagt Horb Und dann waren wir in der Hölle und dann haben Pikmin geschlagen Ja Der muss uns auch nicht mehr wiederbekommen Ne Leider nicht Aber ist ne gute Goldfarm Mhm Nach Höhen Eingang schon wiedergefunden Alter Zu viele Zu viele Skelette Oh jetzt hab ich keine Fuckin mehr Zack Achso Aber ich hab ja alle Ach ich hab noch Fuckin Stimmt ey Hier ist ja diese Mock nicht drauf Der das automatisch nach vorne setzt Ja Kommt aber durch Inventory Ja Hallo Garst Sag ja schade der ist hier nicht drauf Hm Wie viele Pfeile habe ich denn noch weil sie auch nicht Also weiter runter will ich schon wieder nicht gehen Ich trau mich irgendwie nicht Ich hab Angst dass ich hier verreckt Tröste dich weißt das ist Ja war schon klar dass du jetzt hierhin kommst Und dann gehts Ey weiser Geh mir mal ein bisschen weiter runter Hier Zombie Und ich hör'n Gas das ist viel schlimmer Ja aber hier musst du runter springen Ne bloß nicht Mach ich nicht Am Arsch Ich geh hier wieder raus Oh jetzt sind die Lohnrouten hab ich hier runter geboxt oder was So lange ich nichts anderes grad machen will Geh ich da nicht runter Tschüss Wieser komm her Wieser komm her Wieser komm her So lange ich erstmal die Hunde suchen will Viel Spaß Ja dankeschön Du kannst mich mal echt Ey was mich wundert dass Au au Dass man bei den Blaze-Words diese Kugel nicht zurück schlagen kann Das wäre eigentlich noch super Oh Heule Würde ich gerne aber leider nicht ein Blitz play Wieso nicht Weil es so traurig ist Geht ein sterben Gerne Du machst auch keine Pläne Fläne Fläne Aha Sag Ich hoffe ich auch wieder bei Ja da Hier ist auch Oh man Habe ich mir mal gekündigt Ja gönn dir mal Du weißt wenn du die ja benutzt musst du auch eigentlich dauerhaft die ja Werkzeuge benutzen Ne nicht dauerhaft Muss ich nicht Steht da aber Aber ich brauche Da brauche aber auch erstmal alle Davon Ja Ich hab noch nicht alle Dafür fehlen mir die jemanden Ich hab einen Wieserkopf Mir fehlen nur noch zwei Weißt du was Hehehe Mir ist schluss egal Hehehe So Gucken wir mal das Bettchen schon mal wieder rauf Das ist hier jetzt noch schnell He Meine Fresse Die Dinger sind auch hier untergehoren Engel Hey soll ich dir mal sagen Nein Hibst du jetzt ähm Lohnrufen Nein Hast du nicht Doch Nein Nein Und ich geh gleich drauf Den geh mal drauf Ich weiß Sade Aber so was von nicht Ich werde mich jetzt mal schön einbauen hier und schön was essen Sack Schlafen gehen Meine Rüstung geht so langsam kaputt Das ist ja wohl sollte man mit einer Truhe entsetzen Mhm Goldene Pferderüstung ist ja nicht lohnenswert, braucht man eigentlich nicht Nö Ne Die ist uninteressant, also finde ich jetzt Finde ich jetzt Oh ja Na da drüben geht's weiter, cool Ein Garst Mhm Der ist wieder garstig Mhm So wie du ne Warum treffe ich den nicht Warum treffe ich den nicht Weil so nicht Vielleicht darum Sag ich nicht, wie kommen die zu so wasser Oh, Glück habt Nein Komm, willst du mich verarschen Sie haben da nur noch wasser Na gut Na gut Dann renne ich meine andere Richtung Ist ja egal Außer da kommt jetzt auch nur noch wasser Wo sind Na das ist ein Zombie-Pigman Den habe ich aber nicht geboxt Pigman-Bauer Geh mal weg Ja, ich habe Ich habe nicht wirklich viel Fertiges Essen ab, aber ich springe Wie ganz Zeit Also ich springe und Sprinte Naja Oh Zombie-Pigman Geh mal ruhig einen Stock weg höher Schlag ihn Schlag ihn Schlag ihn Nein Das Problem ist, ich habe entweder Zombie-Pigman oder die Lohnrouter jetzt am Hals Hm Toi, hier kommt auch nur wasser jetzt Ach Alter Könnt ihr nicht einfach mal aufhören hier zu spawnen? So Kartoffeln sind auch gleich leer Sechs Stück nur noch Oh Oh, wir sind schon wieder bei neun Minuten Ja, ich weiß Ich will grad den Spawn ausleuchten Ja, macht das Hä, kann man die nicht mehr ausleuchten? Ja, ich glaub Weiswegen wie das nicht so wirklich Oha, ich brenne mit Bestehen flammen Glaube ich aber nur Hör nicht auf das, was sie sagt, ne? Naja, ich weiß Nachher machst du das sowieso nicht Nö Arschloch Na Was denn? Bitte nicht in diesem Let's Play Alter, schieb's daneben Ich hab nichts gesagt Er piep-piept gesagt Das Problem ist wegen dem Wizard-Kopf, ne? Weil ich den jetzt einen mit hab Ja, los, sterb Nein Alter Nein, 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 nein Doch, 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 sterb Lass mich mal in Ruhe, Jungs Pareck Ich hab's nicht verdient zu sterben Doch Das hast du überhaupt verdient Wow Und jetzt schön in die Lava fliegen Nein, ich kipp drauf, noch nicht Ach Warum nicht? Du sollst aber drauf gehen Ich spring jetzt einfach runter Cool, ich spring hier runter Und dann ist doch nur so ein kleiner Kleines piepige Äh, piepige Scheißloch Hab nichts gesagt Erstmal zumachen das Loch Okay, hier geht's auch runter, dann gehen wir mal da, gucken So Ja, in beiden Richtungen natürlich mal wieder So war's jetzt auch mal mies Wenn das in beiden Richtungen runter geht Geht mich auf den Zwechfel Okay, hier ist ein Wieso nicht? Äh Dann gehen wir mal die andere Seite runter Über die Kohle lass sie einfach mal liegen Lass die Kohle da Nein, 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 nein Jungs, einfach da schön drin bleiben Hu 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 Ich geh wieder zurück Willst du die Kohle nicht liegen lassen? Nee, nee, nee Warum denn? Nimm sie doch mit Nö, kein los Okay Heißkelett Ich muss erst mal Cobblestone farm gehen Aber massig Derb Tschüss Derb Oberwelt Hm Und nicht so richtig wie in der Hölle Und nicht so richtig wie in der Hölle Dann ist ja alles so Dann ist ja alles so Oh Ich weiß Ups Das war voll die Fehlsetzung eben Ach, weißt du was ich jetzt machen kann? Hm Nee Ich kann ja einen Brauchstand jetzt machen Ach ja Mir egal Oh ja Okay Du hast mich doch gerne Das weiß ich doch Kürbisse Kürbiskürt hier Wo muss ich denn jetzt hier lang? Hallo ja Pigment Nee, ins Bett nicht Ach Boy Was hab ich hier für eine scheiß Map? Echt Hä? Du hast voll die gute Map Ja Ja Wieso Ja was du schon alles gefunden hast? Ja Ich hab aber noch keine Ohren Pröste dich Ich hab noch keine Katzen Keine Küterchen Und noch zwei Knappe zwei Minuten Guess Ach cool Ich hab schon wieder nicht auf Katzen Was? Auf die Uhr geguckt Ja siehste da Du achtest auf Ja ja ich achte da Komischerweise mal drauf Ja mal so mal so ne? Ja Du hast auch schon geschafft die Top 2 Ja Und was ist das passiert? Nicht viel Wir haben irgendwie 30 Sekunden mehr gehabt Ja Toll Können wir jetzt auch dann gleich auch aufhören Dann haben wir sechs Minuten Ach da haben wir Minuten im Überschuss Ja das ist ja vollkommen egal Ja Wir sind ja nicht Spark Äh Richtig Wieser 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 Wobei Kühe eigentlich besser sind Mhm Ich weiß sie gar nicht Mhm Uh Da will ich nicht runterfallen Bloß nicht Ach guck mal hier gehts runter Gehen wir mal gucken was da unten ist Obwohl wir gleich beenden müssen ne? Hi Zombie Wie gehts? Weil ich werde jetzt nur nochmal Steep Steep Ich werde nach Hause gehen und Cobblestone suchen Weißt du das scheiße ist? Was? Wenn man kein Flame auf dem Bogen hat Ja aber dann kannst du mit in der Hölle nix machen ne? Ja aber trotzdem Ich mein wenn man draußen ist Naja wenn du draußen bist dann ist das was anderes Aber wenn du so unterwegs bist lohnt sich das nicht Yo Leute Oh Jo 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 Ich bleib einfach mal stehen Ich habe schon Meldet Ich schieße meinen Pfeil nach oben Und Locke mich aus Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Tschüss Meine Beendungen werden immer voll komisch